Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Züge weiterhin gefährlich. Und das ist das 1 zu 0. Fabian Schnieder. 129 Sekunden gespielt. Das Tor eröffnet Fabian Schnieder. Und dann aus dem Hinterhaut das 1 zu 1. Claude Gurdim-Baschou. Fast schon wie die Jungfrau zum Kinder kommt. Seit der HC Davos hier zum Ausgleich gespielt hat. Bis dahin eigentlich nur der EV-Zug. Pestone, Riesenaktion. Einmal mehr. Und jetzt ist die Scheibe drin. In die Pestone. Bringt die Gäste erstmals in Führung. Plast. Da ist die Schmuck. Läge. In die Pestone. Im Zug.